Hey Leute, und wir sind wieder an derselben Stelle, denn wir haben es bisher immer noch nicht geschafft. Unsere Gegner... Wieder einfach... Ups, ich glaube, ich habe meinen Mate gerade getroffen. Wir sind immer noch dabei, die Basis von den Gegnern zu erobern. Und... Ja. Es sieht bisher nicht gut aus, weil unser Front und Backcores weg. Ich gehe gerade einen Weg, den jemand von denen gebaut hat, um in deren Base zu kommen. Und ja, also einfach die letzten beiden Parts anschauen, die sind jetzt oben rechts auch verlinkt. Und der vierte Part, falls es so weit noch kommt, und das tippe ich mal, wird da dann auch verlinkt sein. Also, gegen Ende der Folge werde ich auch nochmal eine Bitte ausrichten. Ich hoffe auch, die wird ernst genommen von einigen. Die werde ich jetzt auch nochmal sagen. Also an alle, die das Video gucken. Und frage ich jetzt mal, wer von euch kann mir ein Best-of zu diesen vier Folgen oder drei Folgen Part machen? Das würde ich nämlich richtig feiern, wenn mir das einer macht. Bei so einem Best-of von diesen riesen Parts mit Ausrastern, wovon es sehr viele gab. Coolen Momenten. Zombie! Kacke! Und da ist gleich noch ein nächster Chor weg, das heißt... Und wieso kann ich ihn kein aufhalten? Okay. Ich bleib jetzt einfach hier. Ob ich mich gerne Chor abbauen würde, auch könnte, eben auch meiner kackigen Fresse. Mann, ich bin gerade ein bisschen sauer. Und dann... Ja, allein durch diese Runde habe ich gerade fast 60 Tode. Also, das sind keine 40 Tode von uns. Oh, oh, shit, shit, shit. Nein. Da kommt zum Beispiel wieder ein blauer. Ob der ja für fünf was hat. Oh, nee! Das ist ein sehr belaufender Weg, würde ich mal meinen. Lass dir mal vorgehen, der kann... Scheiß! Dreck! Mann! Es ist schon fast wie hier zum Heulen. Oh, das erwartet man gegen so ein OP-Team. Und da ich noch so ein Tollpatsch bin, es kommt noch oben drauf. Nein! Wenn ich hier nicht noch einen Tollpatsch ist, bekomme ich jetzt aus dem Wunder. Ich glaube, ich habe erstmal die von Fios für den Tag gedeckt. Nur innerhalb von einer Stunde. Das kriege ich aber auch nur ich hin. Jetzt hat man, glaube ich, mal einen Goldapfen. Oh, da kommt der Grimmarin und da kommt der Nächste gleich. Jetzt kommen wir mal Kölz. Oh, jetzt. Mein Team ist washed. Los, 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 los. Nein. Nein. Das kann nicht wahr sein. Nein. Scheiß, Dreck, Mann. Nicht toll für dich, dass du fünf Bia-Typen erledigt hast. Okay. Jetzt müsste mein Zimmer voranwaschen. Da ist Eisen. Da ist andere Kram. Da sind gar nichts. Ähm. Finde ich ja ganz toll. So eine große Runde hatte ich noch nie. Egal in welchen. Okay, Skyward. Äh, nee, Survival Games. Gibt es ja immer so eine Riesenrunde. Aber jetzt so eine Riesen-Team-Runde bei Kors. Bad Wars oder so hatte ich noch nie. Auf jeden Fall richtig nice. Oh. Jetzt hat er Angst. Du bist, du stehst dümmer. Ich habe weniger Leben. Kacke. Ach, kacke. Jetzt habe ich ja Kopfschmerzen. Ah. Als ob der jetzt 48 Kils in der Runde gemacht hat. Okay. Go, go, go. Go, 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 go. Ich dachte, das war eine schöne, geschmeidige Runde. Aber nein. Gut, doch wer. Au. Ja, Volltreffer. Wir halten trotzdem noch relativ gut dagegen. Und runter, runter, runter. Hier einer tut. Ja, ich nehme auf, zum Glück. Mal gucken, ob ich dafür Klicks bekomme, wenn ich jetzt sage, wer sich die Runde angucken will, geht auf meinem YouTube-Kanal. Hup. Tarek. Scheiße, ich muss schon wieder mal ein Beis. Na. Mäts, 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 mäts. Kacke, da komme ich schon. Ich glaube, er ist diesmal alleine. Also rauf, 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 rauf. Nein. Leute, das war's mit dem dritten Part, lasten, Like und Abo, da schaut euch die letzten Parts an, die sind oben, ist verlinkt. Macht mir bitte einen am besten oft zu den fünf, sechs Folgen. Und danke fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Und danke fürs Zuschauen.